so jetzt haben wir eine eine figur die wir noch nicht haben beziehungsweise wo ich verloren habe hat mir eine nachricht geschickt er verspricht euch zu schonen wenn ihr gegen ihn keine karten ausspielt gegen ihn keine karten ausspielt okay also wir suchen das mal mit dem deck hier wieder lasst es uns versuchen der macht also fallen bis zum geht nicht mehr das kann natürlich heiter werden ihr denkt ihr seid in sicherheit die allianz wird ein neues schicksal für azeroth schmieden ok wo habe ich nur meinen sprengstoff gelassen hmm euer tor Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Hier ist es so gruselig! Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Ähm... Explosionen! Jetzt in Pfeibe! Tanzt, ihr Narren! Ich komme aus der Leere! Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Eure Tod wird mir ein Vergnügen sein. Wer wagt es mich zu beschwören? Wer wagt es mich zu beschwören? Wer wagt es mich zu beschwören? Explosionen! Jetzt in Farbe! Das ist von sich! Das wird euch umhauen! Ja! Das ist schon dabei! Krass geworfen! Explosionen bevorstehend! Die Horde ist stark! Ja! Was du nicht sagst! Ah ja! So, jetzt kommen wir zu Lortab! Wenn ihr euch auch nur in die Nähe von Lortab begebt, wird euer Fleisch beginnen zu verraten! Ach so! Ich würde also eine Nahkampfklasse empfehlen! Eine Nahkampfklasse? Da bin ich ja gerade glaube ich dabei! Glaub ich zumindest! Magvi gegen Lortab! Ich zeig euch die Wut der Titanen! Ach guck mal! Das ist doch cool! Das ist zwar nichts für die einen Mana Dings, aber egal, das macht nichts! Ja gut, okay! Okay! Einmal den hier! Ich habe nur meinen Sprengstoff gelassen! Ja, ich habe noch keine Waffe! So! Okay! Hier ist es so gruselig! Pfff! Das war's! Okay! Das war's! Das war's! Das war's! Das ist unser! Okay! Das war's! Uff! Explosionen bevorstehen! Fast geworden! Explosionen bevorstehen! Fast geworden! Explosionen bevorstehen! Mach euch bereit! Das war's! Oh! Für den Leichtkönig! Das war's! Spacho! Sache so sehr! WirGL 되면 den K expectanten Curve und den Pro abrasieren. Läuft ihr? so so Was für ein Tag? Das war's. Auwa! Oh Oh Mano Das war's Oh nein Oh Oh, das war aber knapp Hui Warum Äh Was ist jetzt? Moment Äh So, wo war ich denn jetzt? Äh Arachnidenviertel Genau, das hatten wir Das kommt als nächstes Anu Brekan Ist einer meiner besten Spinnenfürsten Viel Glück ein Dringling Vielen Dank ETC Gegen Anu Brekan Willkommen in meinem Reich Ödland, ich will euch schreien hören Wow, 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 wow Botgesicht weg Erfinder Bum weg Replikator Nator auch weg Das ist alles zu groß Naja, gut Okay Na, schauen wir mal. Naja, klar. Okay. Oh Gott. Und hier ziehen! Au. Au. Wo hab ich nur meinen Sprengstoff raus auspacken? Mach euch bereit. Das war's. Und hier drin. Ich verstehe nicht auf mich! Wo hab ich nur mein Sprengstoff raus geh? Nee, ich will nach dir stehen. so um Max Ravos ist unkommt näher, ihr kleinen Leckerbissen. Mhm. Das ist unsicher. Nur einmal, Hoshi. Max Ravos ist unkommt näher, das ist unsicher. Max Ravos ist unkommt näher, das ist unsicher. Ja! 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 Jo! Nein! Ich meine, unerheblich. Ihr werdet die große Wettbe niemals besiegen. So, jetzt haben wir noch den hier, den, was, wie heißt der? Großwild, was? Groß? Was ist das? Ach so, Großwitwe, ne, Großwitwe, Verlina. Okay. Verlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Hm. Ja, das, also ich bin ja tierlieb. Ich störe sehr wenig irgendwelche Leute, aber, naja, also. Ach, na, also wisst ihr? Ich weiß nicht. Ich, sie, sie gegen Großwitwe, Verlina. Meine Akolyten gehorchen mir bedingungslos. Ödland, ich will euch schreien hören. Okay, Qualitätssicherung, Testpuppe, Steinertürme. Ja, das ist okay. Das ist okay. Was kriegen wir noch? Hau, Tee, kaputt. Aber ich kann grad nix machen. Bringt eure Toten. Hm. Okay, so was wir haben. Hm. Lass dich im Herzen sprechen. Oh. 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 Ja! Bye, Juggles! Bezüge die Flucht-Age! Geht, nieder! Ow! Ow, 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 ow! So! Die Verdammten stehen bereit! Der Halt ist unsere Zauber Nummer 3! Der Halt ist unsere Zauber Nummer 3! Die Verdammten stehen bereit! So! Geht, nieder! Äh... So! Tretet bei oder sterbt! Oder beides! Tretet bei oder sterbt oder beides! Tretet sterbend bei! Na dann mach mal! Oh! Ok! Ok! Der Halt ist unsere Zauber Nummer 3! Der Halt ist unsere Zauber Nummer 3! Raus aus deinen Zauber! Das ist unsicher! Der Halt ist unsere Zauber Nummer 3! Jo! Verlinas Tod ist unwichtig! Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren! Mhm! Also jetzt dann gegen die Spinnenkönigin! Mechsner ist eine riesige Spinne! Na dann! Schauen wir mal! Garos gegen Mechsner! Sieg oder Tod! Das ähm... Klingt sehr nach einer Spinne! Ach komm! Die beiden weg! Die sind zu groß! Einen behalten wir jetzt! Ach! Ja! Ok! Alles klar! Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden! Was hat die denn für eine Fähigkeit? Ach so! Ich mach erstmal den hier! Na dann machen wir eben noch den hier! Ja! Wo sind wir? Ja! Nehmen wir uns den! Und hier ziehen! Oh nein! Nicht doch! Und Explosionen! Und hier ziehen! Und hier ziehen! Ich höre mich jetzt sowohl das geht auf die Spinne konzentrieren! Und hier ist ja ein bisschen wie dein Schmerz! Ich meine... Und hier gehen! Und dann. Du. Und jetzt... Und dann! Und dann. Und dann! Und dann! Und die3-Bahn-Kläаны! Und dann! Und dann! Und dann! Und dann! Und dann! Aua! Au! Aua! 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 Au! Euuuuhh... Hier, ist es so gruselig! Oh, là, warum nicht? Ah! Nein, aua, wieso denn? Aua, aua, aua! Nein, aua, nein, aua, nein! Wie bezeichnet man einen Spieler, dessen dieser gerade eingestrungen wurde? Auch gut! Wer los? Gut! Mö Spot Hello... Hello... Hello Ja Da Jake Totally Enfirm Love Mö? Shoot Dock Das ist fast. Die Karte war nicht auf der Liste, die ich genehmigt hatte. Gehalt ist unser Zeug des Nummer 3. Gut! Unmöglich! Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, sterblicher Winzling! Nicht? Hm, also irgendwie... Ihr glaubt diese Karte wird euch helfen? Dann täuscht ihr euch gewaltig! Ach ja? Ja, hm... Äh, was war jetzt? Okay. Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Das war das Abenteuer. Und, äh, ja, gut. Dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Ciao! 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 Ciao!